Hallo und Willkommen bei Witz des Tages, wie fast jeden Tag, von unten im Winter, heute der Polizeiwitz. Moment. Hallo liebe Leute, begrüße euch zu Witz des Tages, wie fast jeden Tag, heute der Polizeiwitz und zwar ist der von Fossey Höfner, der hat mir den auf Facebook geschickt, könnt ihr auch. Der Polizist, deswegen geht es so, ein Polizist hält ein Auto mit zwei Leuten an und dann kommt das Fenster um und fragt, wie können wir helfen. Der Polizist, ja wir suchen einen Einbrecher und einen Bankräuber. Wir kommen das Fenster wieder hoch und dann nach einer Weile wieder runter, dann sagen die beiden dann zu dem Polizist, ja ok, wir können es machen. Mit der Erklärung, der Polizist hat eigentlich sucht wie viele Verbrecher, Bankräuber und die dann überlegen und dann machen Fenster wieder runter und sagen, ja ok, wir können es machen. Ok, ciao Kakao und bitte abonnieren.